Ein wahres Herzchen. Also, entschuldige mal, wohin gehend sind die anders als die, die es gerade an der Macht sind, ha? Was machen die besser? Nicht wirklich irgendetwas. Es tut mir leid. Auf keinen Fall. Ich hoffe, das geht gut aus. Es geht ja hauptsächlich um Emily. So. Ist der hier? Kann ich jetzt hier durch? Kann ich. Da ist Samuel. Da will ich jetzt aber noch gar nicht hin. Da! Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Fast alles. Und das ist nicht genau das, was ich meine. Die haben mit dem Piero schon einen. Der würde wahrscheinlich genauso werden, wie der Sokolov geworden ist. Und jetzt haben die zwei davon, ähm, Herr Flock. Gut, Haftgranate, Verbesserung, ja. Betäubungsbeutzen. Wir haben inzwischen wieder 5000 Münzen. Ich hole mir erst mal wieder volles Rohr, ähm, das. Ich bräuchte vielleicht noch ein paar mehr Granaten. Kabelwerkzeug habe ich noch sechs von neun. Sehr gut. Ähm. Ja, die kann ich nur platzieren. Ich bin auch doof. Ich habe die ja extra das letzte Mal auf die Leiche geschmissen, damit die Ratten, ähm, in die Falle gehen. Und dann wollte ich ja die Tallboys damit erwischen. Ja, das kannst du knicken. Äh, das hilft tatsächlich wahrscheinlich nur Granaten. Die kosten mich 70. Komm, ich nehme auf alles mit. Ähm, Verbesserung. Da hätten wir die Haftgranate. Schaltet Granaten frei, die am Ziel haften bleiben. Das ist gar nicht so verkehrt. Dann muss ich die nicht bis zum letzten Moment, ähm, in der Hand behalten. Machen wir. Haftgranaten. Okay. Äh, Nachlader. Ja, Pistole brauche ich ja eher weniger. Erhöhter Radius. Kann auch sein, dass ich an andere damit treffe. Das will ich dann auch nicht so wirklich, ne? Das sind die normalen Armbrustbolzen. Also so richtig. So richtig. Schaltet frei. Ja, das war's dann, ne? Mehr gibt's dann nicht. Präzision. Jetzt gibt's nur noch die hier. Schaltet frei. Das ist dann auch anscheinend die letzte. Automatisches Nachladen. Ich mach's einfach jetzt mal. Und da wird auch nichts mehr freigeschaltet. Das sind dann auch so die letzten. Ja, ich lass das erst mal. Also ich brauch die ganzen Kram nicht wirklich. Ich grüße Sie, Koro. Ja. Vermutlich haben Sie für die nötige Lebhaftigkeit auf dem Maskenball gesorgt. Ich bezweifle, dass ein anderes Gesellschaftsereignis da mithalten kann. Wir werden von vorne bis hinten benutzt. Und die gehen alle irgendwie so arrogant mit uns um. Oder gehen da lächerlich mit um? Hier geht's um Menschenleben. Ach, ist nicht wahr. Warum kann ich da nicht rein? Ich dachte, wir wären Verbündete. Da ist noch irgendwas. Ach. Aha. Moment. Die Geheimnisse vom Pandüschen haben wir schon gelesen. Na, der war. Da, 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 da. Da, 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 da. Ja. Das müssten wir schon kennen. Brauch ich nicht. Kap der Zähne. Da liegt noch eine Münze. Und wem gehört das hier, die Ecke? Ich schreibe ein Stück Geschichte. Dunwall steht an der Schwelle eines neuen, besseren Zeitalters. Und ich, alter Seemann, spiele dabei eine Rolle. Ich bezweifle, dass sich jemand erinnert, die ehrwürdigen Männer, die das hier vollbracht haben, sind die wahren Helden. Und das quirlige junge Mädchen, das ihre Traurigkeit über den Tod ihrer Mutter so gut versteckt. Aber vielleicht wird jemand sich diese Aufzeichnung tatsächlich anhören. Und dann weiß er, dass ein bescheidener Seemann namens Samuel bei all dem dabei war. Oh. Also Samuel und die Angestellten, in Anführungsstrichen, sind jetzt hier die einzigen, die mir sympathisch sind. Na, der Havelock, der hat Dreck am Stecken. Piero ist auch so ein verkannter, wahnsinniger. Pendleton benutzt uns nur. Die benutzen uns alle nur. Es ist... Warum kann ich da nicht rein? Ich möchte da ganz gerne rein. Warum kann ich da nicht rein? Habe ich nicht auch ein Recht da drauf, da rein zu dürfen? Mhm. Okay. Aber anscheinend... Verdammt. Und jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? So. Ach, ist doch nicht wahr. Na gut. Zack. Ist die Tatsa? Diese Person ist beschäftigt. Oh, ich... Ich ahne Böses am Schluss. Ich ahne echt Böses. Samuel. Du scheinst jeder einzig Vernünftige zu sein, mein Freund. Nein, 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 nein. Komm. Wir machen jetzt weiter. Bereit, den Lautregenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Hm. Er hält die ehrbaren Männer für unfehlbar. Aber dem ist nicht so. Okay, wir machen einfach weiter mit der nächsten Quest. Auf zum Dunwall Tower. Ich ahne echt Böses und ich habe Angst davor. Okay, es ist an der Zeit, die Herrschaft des Lautregenten zu beenden. Und wenn du erfolgreich bist, kann Emily zur Kaiserin gekrönt werden. Du musst deshalb zum Dunwall Tower zurückkehren und das Gebäude eindringen, in den du einst als kaiserlicher Schutzherr gedient hast. Paranoid wie eh und je hat der Lautregent die Sicherheitsmaßnahmen in den letzten Monaten auf irrwitzige Weise verstärkt und verfügt über einen stark gesicherten Schutzraum, in den er fliehen wird, wenn du einen Alarm auslösen solltest. Das heißt, kein Alarm auslösen. Gut, das ist sowieso mein Ehrgeiz. Ist das schon das Ende jetzt? Okay. Oh, wow. Oh, ho, ho, ho. Ja, aber ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Den hatte ich vorher nicht. Panik. Nö, das machen viele. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Kann ich das abstellen? Das wäre echt schön. Das würde ich gerne machen. Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lautregent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit ihnen zu dienen. Danke, mein Freund. Danke. Schleuse des Dunwall Towers. Was erwartet ihr jetzt von mir? Dring in den Dunwall Tower ein? Soll ich ins Wasser springen? Missionshinweise. Okay. Es ist an der Zeit der unrechtmäßigen Herrschaft des Lord Regenten Hiram Burroughs. Ja, klar. Hauptpunkt B-Bugend. Das ist der. Die Sendezentrale befindet sich ebenfalls im Tower. Oh, sehr schön. Endlich die Propagandamaschine abschalten. Jawohl. Lass es mir ein innerer Vorbeimarsch. Das Auslösen von Alarmanlagen könnte den Lord Regenten zur Flucht in seinen Schutzraum auf dem Dach bewegen. Alles klar. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Wie viel Runen? Wir haben elf. Was wollte ich? Vitalität habe ich jetzt nicht. Wollte ich jetzt nicht unbedingt. Wäre aber auch nicht schlecht. Beherrschung für Menschen. Könnte jetzt interessant werden. Zeit verlangsamen natürlich auch, allein schon um wegzukommen. Windstoß im Dunwall Tower würde Alarm auslösen. Ich glaube, ich nehme Beherrschung 2 für die Übernahme anderer Menschen. Und die Zeit verlangsamen. Ja, machen wir so. Das ist teuer. Vielleicht brauche ich es auch gar nicht. Kann auch gut sein. Und die Zeit verlangsamen. Ja. Ich nehme das mal. Drücke um alles um dich herum für begrenzte Zeit oder bis du erneut drückst zu verlangsamen. In der zweiten Stufe wird die Zeit vollständig angehalten. Und Sicherheitsvorrichtungen bemerken dich nicht, solange die Wirkung anhält. What? Und das kostet jetzt fünf Runen, ne? Acht. Wow. Acht Runen. Wow. Wow, wow, wow. Windstoß könnte ich mir noch leisten. Und ich könnte sogar noch die Vitalität erhöhen. Ich lasse das nochmal. Soll ich jetzt ins Wasser springen, Sermiel? Sie wissen bestimmt, was Sie tun. Aber Sie sollten versuchen, keinen Alarm auszulösen. Sonst wird sich der Lord Regent garantiert auf das Dach zurückziehen. Man sagt, er habe dort oben einen Bunker. Ja, ein Panic Room. Du, du meinst jetzt, ich soll jetzt entweder über die Schleuse, hier oben bestimmt nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich da hoch soll, oder? Ich glaube, da ging es nicht weiter. Was weiß ich, soll jetzt ins Wasser? Hier gibt es Hexenfische. Na gut, ich speichere vorher mal eben ab. Was ist das? Fischeier. Oh, shit. Das ist schlecht. Okay, ich höre nichts. Oh, der ist echt gut in Form. Okay. Die ist unbewacht. Ich hatte jetzt hier mehr... Aber wahrscheinlich kommt das alles. Und nach da sollen wir hin. Da ist eine Tür. Okay. Äh, äh. Warte. So, jetzt. Was liegt... Was ist das? Da liegt jemand. Moment. Oh. Ähm. Warte mal. Ich will aber auch da ran. Komme ich von da aus irgendwie da hin? Von hier oben vielleicht? Ach, ich komme von da eventuell. Alles klar. Nee, dann ist die Richtung schon richtig. Dann stimmt die schon mal. Ach, Zeit verlangsamen. Ist es das? Aber ihr könnt es dann mal eben austesten. Oh, was? Ich mag das ja. Na, ich liebe diese, diese... Aber der Mana-Verbrauch ist wirklich hoch. Och, ist nicht euer Ernst. Im Ernst jetzt. Alles klar. Die Weiße hat es überlebt. Und die andere auch. Die braune, schwarze, was auch immer. Das ist viel besser, wenn ihr nicht giftig und eklig seid. Ich mag euch doch. Aber ich will nicht von euch gefressen werden. Okay, ich passe hier durch. Ich muss irgendwie da rüber. Und da ist die Tür. Oder die Explosion gar nicht gehört, ne? Und da wurde Aldo wegen Pfeifen degradiert. Der Lord Regan fragte, wie man so einen Attentäter hören will. Und Barris? Degradiert war er nicht sauber. Der Lord Regan sagte, der Attentäter riecht in dem Dunkeln. Ich werde sie bald degradieren, weil sie zu viel Reden mache. Wohl kaum. Oh. Denn ich habe mit dem neuen Alarmsystem geholfen. Und er sagte mir, gute Arbeit. Genau. Mir. Kurz dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln. Aber nein. Go ahead. Und die haben die Explosion zum Glück nicht gehört. Okay. Das heißt, ich muss einmal rüber. Und einmal hier reinkriechen. Oh. Hallo Knochenatte. Ja, ja. Das haben wir schon gehabt. Aldo wegen Pfeifen. Ich komme an die Münzen nicht ran. Es tut mir leid. Sorry. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Das hatten wir schon. Denn ich habe mit dem neuen Alarmsystem geholfen. Und er sagte mir, gute Arbeit. Genau. Mir. Kurz dachte ich, wir würden uns die Hände schütteln. Aber nein. Ruhe. Oh, 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 oh. Apropos Alarm. Und die zertreten schon wieder. Oh, ich muss aufpassen. Die zertreten schon wieder Ratten. Ja, was da ist. Da ist der erste Alarm. Aber da rennt keiner, ne? Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Oh nein. Ich kann da gar nicht rein. Shit. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn am besten? Kann ich da hoch? Da ist kein Gitter drin. Da ist ein Gitter drin, da aber nicht. Kann ich da hoch? Ich kann da jetzt gar nicht rein. Shit. 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 Tatsächlich, okay. Achtung, Angestellte des Dunwalltowers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Da aber nicht. Wie mache ich das denn? Ich muss den Alarm ausschalten. Oh nein. Nein, im Ernst. Ich höre sie schon wieder. Wie soll ich das denn machen? Toll, Boys. No friends of mine. Oh, danke. Oh nein. Oh nein. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Da haben wir uns versteckt, als Emily am Anfang gesagt hat, wir sollen. Und da wurde die Kaiserin getötet. Ich will da rein. Schlüssel zur Seitentüter Schleuse benötigt. Ich kann denen gar nichts tun. Ich könnte natürlich versuchen, die außer links zu setzen. Ich muss die umgehen, weil ich mit allem hier Alarm auslösen würde. Das heißt, ich muss... Jetzt sehe ich nichts. Komme ich hier hoch? Nein, komme ich nicht. Ich komme von da aus nicht weiter. Shit. Komme ich da drauf und von da aus da hoch? Wenn er wieder zurückgeht erst mal. Oh Gott. Okay, das ging schneller, als ich eben dachte. Okay, ist da jemand? Wahrscheinlich, ne? Da ist bestimmt eine Alarmanlage und alles. Und ich habe keine Ahnung, was da noch alles ist. Alter Schawitzki, ey. Oh. 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 Oh Gott sei Dank. Ich hocke auch gerade nicht, ne? Nein, du siehst mich nicht. Du hast es nur so getan, als ob. Ich verschwinde im Dunkeln. Du siehst mich nicht. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Es ist alles in Ordnung. Wir beruhigen uns schnell wieder. Ich vergesse immer, dass ich dann nicht hocke. Und dann sehen die mich natürlich alle schneller. Oh, ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Okay, der hat Agro verloren. Das ist ein Statue. Was haben die hier raus gemacht? Ich würde natürlich gern alles ausschalten, ne? Was irgendwie geht. Aber ich befürchte, es wird nicht gehen. Ich muss das irgendwie so machen. Oh, 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 oh. Dass sie uns eben nicht sehen. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Über das Dach bringt mir auch nicht viel. Oh Gott, hier wimmelt das nur so von denen. Wie komme ich da weiter? Komm, hier im Busch. Ey. Wieso kann der mich hier im Busch sehen? Es hat sich schon erledigt. Was? Wieso kann der mich da im Busch sehen? Diese Aussicht ist doch herrnig. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber du... Hier war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Was war das? Wachen zu mir! Jetzt ist der da hittnisch wieder aufmerksam geworden. Willst du mich verarschen? Keine Wachen zu mir. Die machen nur ein kleines Nickerchen. Mehr machen die ja gar nicht. Der guckt gerade in meine Richtung. Lass mich dich trösten. Fand ich ja besonders hübsch. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist echt übelst jetzt gerade. Okay, ich glaube, ich komme da. Ich muss da oben ganz hin. Ich weiß nicht. Okay, warte mal. Auf jeden Fall immer wieder schnell speichern. Da kann ich gar nicht lang. Ich muss da unten lang. Wäre jetzt die beste Gelegenheit gewesen. Wenn der mich jetzt hier sieht, ne? Da oben rennen auch überall welche lang. Ich weiß nicht, ob der uns hier nicht sehen kann. Okay. Oh, alter. Ich will einen Wasser graben, sagt er. Erwartet er eine ganze Armee? Okay, ich glaube, da muss ich... Wartungstechniker. Okay. Liegt nur daran, weil ich hier rein muss. Das tut mir leid. Ich will von dem Typen dann nämlich nicht gesehen werden. Ich lege dich gleich irgendwo hin, wo du in Sicherheit bist. Hoffe ich doch jedenfalls. Okay. Da. Ich kann ja nicht laufen. Wir können da Wasser aufdrehen oder können wir das da abdrehen? Das ist die Frage. Der kann uns von hier aus aber nicht mehr sehen, ne? Äh, Erz. Der Leuchtturm. Gucken wir gleich mal eben. Hemlock Ascent. Essen brauche ich gerade nicht wirklich. Der Leuchtturm. Auszug aus einer neugeschichtlichen Arbeit über die Insel Kingsborough. Die Insel Kingsborough befindet sich inmitten des Wrenhaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fischer und gelegentlich religiöse Zeremonien von Bedeutung. Während des Morley-Aufstands wurden eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vom Meer zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jessamine Caldwin, ordnete Dunwalls Lord Regent Hiram Boros den Bau eines modernen Militärpostens und eines Leuchtturms auf der Insel an. Boros, erst vor kurzem fertiggestellter Leuchtturm, wird weithin als eines der Wunder neuzeitlicher Technik angesehen, voll von Sokolovs Erfindung und angetrieben mit feinstem Walöl. Oh, okay, interessant. Ähm...